Are we going to raid this village? Hm, da sind halt immer noch Kuinen. Heißt du auch die da gleich noch? Jetzt was? Jetzt was? Hm, was machen wir jetzt am liebsten? Wahrscheinlich nach Zwirz zurück gehen. Und dort ein bisschen Zeug verkaufen. Are we going to raid this village? Hier liegt ja immer noch Gold rum. Are we going to fight or what? Joho! At last! Also ja, auch nach Zwirz. Mal zwischendurch ein Quicksafe machen. Ich weiß nicht, wenn ich dann Laden mache, sehe ich dann auf der Map? Also ja, ich sehe auf der Map, dass er die Sachen gespeichert hat. Also da sehe ich den Punkt von der Stadt. Die verschwinden ja auch lustigerweise die Punkte von den Städten. Auf der Karte, wenn ich diese Safe Corruption habe. Und ich immer noch keine Ahnung habe, wo die hier diese Safe Corruption kommt. Also wie man sie reproduzieren kann. Jetzt was? Hm. Also noch 20.000 Erfahrungspunkte ungefähr, dann können wir das nächste Level ab. Dann gehe ich wie gesagt auf Diplomatie. Einfach weil wir auch Geld sparen müssen beim Nachfüllen unserer Einheiten. Die werden nämlich richtig teuer mittlerweile. Holz verkaufe ich euch mal. Hier überschüssige Nahrung und Holz verkaufe ich euch. So, Holz bis auf das bisschen. Ob ein Schamana ein Stahlschwert tragen kann, bezweifle ich. Aber ich könnte... Für meine Kriegsherren den Titanpanzer mal kaufen. Und Tote beschwören und Feuerball. Äh, brauchen wir beides nicht. Ja, gehen wir weiter, ohne uns! Jetzt was? 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 So siehts gut aus. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hier hoch. Sammeln das ein, was noch da ist. euch schicke ich mal in die Ruite Stadt und hoffe mal, dass ich euch da aufwerten kann. Weil zwei Tropen Kriegsführer... Wie heißt der noch mal? Heerführer haben. Wäre gar nicht so schlecht. Und Tatsache, ich kann euch hier aufwerten... Dann kann ich nicht, weil das immer noch eine Ruine ist. Okay. Aber Lunavill macht uns ein Angebot. Das ist ein Vorrock-Lager da oben. Okay. Ah, Kraft braucht gerade nichts von uns. Und das ist jede Menge Holz. Und eine Wissensschriftrolle, die wir jetzt ihm geben. At last! Joho! Hier drüben sind auch noch Höhlen, die bestehen. Das hier haben wir alles gesäubert. Ja, die Chaosgewölbe hier. Darüber haben wir uns auch noch nicht gekümmert. Hier ist nichts. Und hier hinten wird eigentlich nur noch das zweite Flüchtlingslager sein. At last! Aber guckt euch es mal an. Langsam wird die Karte übersichtlich. Vor allem, weil wir nicht mehr sehr viele Sidequests haben. Na, ob du dich irgendwann noch losreißt von selber? At last! Joho! Are we going to fight or what? Oh Gott! At last! Joho! At last! We rely on you for protection. Ihr müsst uns beschützen. Mmh, yes! Okay, jetzt habe ich echt ein Problem. Ready? Okay, jetzt habe ich gut dann. Okay, jetzt habe ich wirklich gut getan. Okay, da hängt einer fest, was allerdings nicht so problematisch sein sollte. Dass wir so nah an der Festung sind, macht mir eher Sorgen gerade. Wo wollt ihr hin? Ich will, dass ihr da runter lauft. Gott, hier sind wirklich viele Menschen unterwegs. Ja, und die Stadt ist wieder städtisch. Ja, der muss die zweite Stufe erreichen. Wo seid ihr jetzt schon wieder? Oh Mann, ey, habt ihr euch verkeilt, ey. Ich hasse es, wenn das passiert. Aber ja, jetzt können wir hier wenigstens die Berserker abwählen. So, für die zweite Stufe braucht ihr... Erstmal Nahrung. Die können wir gut verkaufen, so. Und Holz. Können wir auch verkaufen. Svirs macht mir ein Angebot. Halle der Toten, mhm. Noch keine Nachricht, dass die zum Wachsen Hilfe brauchen. Hm. Ja, und das Hauptproblem ist, ich kann denen gerade... Oh, Gott sei Dank, sie sind frei. Jetzt fängt da noch einer fest. Komm, beweg dich. Oh. Jetzt brauchen sie doch zum Wachsen Hilfe. Abdruck. So, und jetzt bewegt ihr euch anständig. Komm ich da runter und dreht euren Hyänen in ihre Edelteile. Oh, Mann, Mann, was für eine Hicke-Micke. Die erstellen Stahlschwert haben, aber Gift. Die haben nichts Neues für uns. Lunaville ist auch verbündet. Hat auch nichts Neues. Okay. Und bis jetzt schaffen sie es, ohne sich zu verheddern. Also ja, dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes hier rüber und dann da oben hin. Und wieder fangen sie fest. Was in anderen Spielen der Kamerabosse ist, ist hier der Baumboss. Weil die sich ständig an Bäumen verheddern. Oh, und die bitten um Hilfe. Oh, die beiden Monsterhüllen vernichten. Okay. Ihr habt doch jetzt genug Ressourcen. Ach, ihr braucht noch Gold. Are we going to fight or what? Yo-ho! Oh! Are we going to fight or what? At last. Yo-ho! At last. Here they are. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr